Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge GTA Online mit mir, dem Starbucks, den Dofusus und Gorbath. Ja, hallo. Moin. Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich wollte gerade sagen, hier nicht langschtocken, Kopf in den Nacken und so. Ja, vier Leute ausschalten für Martin. Für Martin. Mendoza. Mhm. Sehe ich nicht ein. Für St. Martin bringe ich niemanden um. Ich lauf jetzt weg. Mach das. Ja, der Ilya hat diese Mission schon mal gespielt. Ich nicht. So, sicher. Oh, ich bin in meinem Apartment. Ihr seid alle in Mainz. Ach, du schade. Ja, dann schmeiß es mal raus, bitte. Ja. Ich will raus. Ich will raus. Das ist nicht mein Apartment, ist es dein, Kai? Ist das meins? Kommt rein. Nee, das ist meins. Oh Gott. Alle nach draußen. Komm. Läuft. Okay. Und der Bessitz hat uns gebeten. Nein, es sollte rausgehen. So, Zeit. 9 Minuten 38. Ja, dann ab in die Kisten und los. Gut, das... Ähm. Jeder nimmt einen Punkt, ja? Ich nehme keine Kisten. Mhm. Rein in die Kisten, ja, das ist super. Ich nehme den unten links den Punkt. Meine Kiste steht hier. Ich habe keine Kiste. Ich brauche ein Auto. Warum? So, wer wollte oben links nehmen? Ich. Falls das oben links war jetzt. Das ist ziemlich einfach oben links. So, meine Kiste steht hier. Ja, ich habe mich dazu entschlossen. Ich laufe einfach hin. Also, wer nimmt jetzt wen? Oben links. Ich nehme den, wo ich gerade hinlaufen. Ich nehme den mittleren. Ich bin schon unterwegs. Okay, ich nehme den zweiten von rechts. Da nehme ich den ungasten? Ja, den ganz rechts. Okay. Ja. Warte, fuck, was denn jetzt? Welchen muss ich denn jetzt nicht? Ganz... Ganz links. Ganz oben links. Ganz oben links? Also, wenn du nach Norden guckst, nach Norden guckst, nach Norden guckst der ersten von rechts. In den Bergen, den. Jo. Alles klar. Ich gebe Gas, meine Freunde. Halten Sie das Ziel aus, kriegen wir locker hin, den Schneipich da weg. Ja. Ist auch schwer zu koordinieren hier, ey, wer welchen Punkt macht. Ja, das ist auch so, weil die Map sich dreht, weil wenn du dann sagst, um links, ist ja bei mir um links ganz anders wie bei dir. Das klingt völlig verwirrend, ey. Wir schon. Ja, wir haben es aber verstanden, denke ich mal. Wenn wir sehen, wenn wir alle beim gleichen Punkt rauskommen. Werden die Ziele eigentlich bewacht? Nicht, weiß ich gar nicht. Soviel zum Thema, ich habe dann schon gespielt. Nein, äh, Ziel Nummer 4 wird bewacht. Sollen das meins wahrscheinlich. Ne, ich glaube Gorbats. Ne, deins ist ne meins. Alter, meiner fährt weg. Aha. Tja, da sagt der eben, da, warte ab, dein Ziel ist richtig schön. Heli oder so. Raketenwerfer. Hat der Typ oder was? Hm. Kein Problem, habe ich auch. Ja. Und ich fahre direkt vor der Wand, ey. Ich werde das jetzt total hinterlistig durchziehen hier. Und ich hoffe, das klappt hier mit der Audi-Qualität, weil ich mache das jetzt mal nicht mit Outer City, sondern direkt mit Shadowplay meine Stimme aufnehmen. Oh, shit. Da kam der Ilia mir vorbeigeflogen, ey. Hm. Das war ja mein schönes Down. Du hast es nur noch erfüllt. Da sind noch ein paar rote Punkte auf der Karte. Ja, ich sehe das auch gerade. Die müssen wir alle töten. Hallo, ich muss erst mal ankommen. Das ist auf einem mega langen Weg. Das war, falls querfett eine hoch. Wir nehmen uns so lange die Punkte hier. Oh, fuck, okay. Das war nice. Schusswaffen, wer braucht die? Ich habe ein Auto. Ja, ne? Da ist einer. Oh, jetzt fällt der Penner weg, oder was? Jetzt will der mich aber verarschen. Zeig doch da in die Karallen. Oh, Junge. Zeig doch da ein. André macht ein Singleplayer, Let's Play. Ja, der schreit mir nicht in meine Karre ein. Während wir hier alle wegrasieren. Mann. Gib mir deine Karre. Oh, ich werde plattgefahren. Mann. Das geht bei dir. Das darfst du dir nicht angucken. Was ist hier voranstalter, Alter? Hab da gehört, Henna. Keiner darf beim Channel Checker gucken. Genau, alle wegschalten. Alle zu mir kommen. Oh. Hi, Elie. Hi, Elie. Ja, sorry, aber mein Lappen... Mein Gegner hier, der haut irgendwie über die Berge. Ey, ich überschlag mich auch noch nicht. Los, alle zum André. Genau. Die Kavallerie kommt so gut. Also du hast noch 6 Minuten. Ah, das schafft und locker. Oh, ich habe gerade auch in die Kino an sich gemacht. Guckst du mir zu, oder was? Ne, ich war gerade im Auto nachladen. Oh. Und eine Taste erst ja leider in diese Kino-Ansicht. Das heißt leider ist eigentlich ganz cool. Oh. Da ist er. Jetzt habe ich eine. Ah, der hat ein Buggy da laufen. Was hat er? So ein Buggy. So ein Buggy. So ein Strandbuggy. Ah, okay. Deswegen fährt ein Sieg-Craft mit einer Penner. Moin, darf ich dich abknallen? Hey. Na, wenn du so langsam bist, du Oma. Ich habe doch keine Zeit hier. Der Channel-Checker hat sein Ziel. Was? Das Boot? Vom fünften. Weißt du, wie ill ihr einfach schon dahin gefahren ist, ne? Ja, einfach. Sack. Alle die Mission schon, Kehr. Ich dachte mal, ich fahr mal schon mal los, ne? Ja, hättest du was gesagt. Hab ich doch. Ich fahr los. Naja, ich habe ja nur drei Kilometer vor mir. Basisch. Ich muss hier in die richtige Richtung fahren. Oh, das sind so Pro-Driver-Skills, die ich hier unter Beweistelle. Der Hammer. PAM! Kacke. Hat er nicht irgendwer gesagt, er hat ein Heli? Nein, ich habe nur gesagt, man könnte einen holen. Man könnte einen holen. Wir brauchen Heli. Gorbath Holmann Heli. Nein. Brauchen wir wirklich einen? Nein. Warum steige ich dann aus? Ich habe jetzt ein Boot gefunden. Weil du einfach Teamfähigkeit, Teamplay beweisen wolltest. Alter, wie ich hier einfach mal mit T-City rase. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich dich am Arsch lecken soll. Hast du das so interpretiert? Hm, ich hatte da irgendwie so das Gefühl gerade. Achso. Hm, Einbildung. Einbildung. Mal cool bleiben, ja. Einbildung ist auch eine Bildung. Wenn man sonst keinen hat, ne? Ja. Irgendwie haben wir wenig Zeit. Ihr Freaks, Alter. Ich bin doch gar nicht da und ihr seid schon fast fertig wieder. Du bist zu langsam. Alter, ich habe manchmal voll die Nachlader. Ich drücke nach hinten und lenke und der... Toll, jetzt habe ich mich auch noch festgefahren wegen der Scheiße. Na, Kai, bist du auch hier? Hi, Kai, willst du mitfahren? Ja, bitte. Steig ein, oder nicht? Nein, steig ein. Was. Geil, Mann. So, haben wir einen Reifenplack geschossen, ey. Kacke, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hierher? Zum Boot! Dast im Boot. Warte. Duuu, duuu, duuu. Alter! Fahr da drüber! Fahr da drüber! Fahr da drüber, Alter! Fahr da drüber! Völlig Wahnsinnig, Alter. Wir wurden mich eingestiegen. Es hat genau das gemacht, was er sollte. Tag, und fahren wir hier einfach querfährt einen, wenn das geht. na also super auf schwerer stand das war aber knapp den letzten gegner nicht mal gesehen 38 ihr sucht die einzige suchte ist diese komische starbucks was ich spiele nur wenn ihr spielt verstehe so was machen wir als nächstes aktualisieren harte arbeit nein doch aktualisieren okay okay was haben wir denn hier füstenfest ne fallschirmspringen die welt von oben die welt von oben derzeit kannst du dir ja wir können drückt immer so schnell dass ich gar nichts mehr drücken kann auf zwei stimmen kannst du nicht mehr drücken reicht auch wenn wir drücken nein nein ich will auch mal was auswählen hier schon wieder los zentos kradio mein gott du sagst das blablabla blablabla müssen wir machen zum wunderschöner wurde die sonne ganz viel stärker mit mehreren engen kehren und sturzglück passagen ach du scheiße jaja kämmerer schon kämmerer schon ja wird gestartet kackig wieder ihr wisst ihr wer zuerst den fallschirm öffnet hat verloren so ich wette jetzt erst mal 1500 auf mich so und darauf ist aber was ich wette auf gorbert 500 wie nett ich werde auf gorbert 1000 so und auf mich null bereit 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 so wie geht das nochmal als fragen springen und aufklatschen ah ok das ist ja nicht schwer das krieg ich auch hin davon bin ich überzeugt boah du musst sofort den fallschirm öffnen ach echt natürlich musst du den sofort öffnen blitzmärker oh du scheinebacke der channelchecker ist halt nicht immer der schnellste wo o alter da einfach hier verfehlt aber geil hoch sind wir hier ey wie die Hüppel meine Fresse das gefällt mir richtig wie viele Leute mit Höhenangst wieso man sieht doch den Boden nicht doch ich seh ihn ich seh nur Wolken ok ein bisschen sehe ich auch Boden haste recht ja bei deinem Rechner ne ist doch kein Wunder dass du den Boden nicht siehst du bitte bitte ach scheiße das hatten wir schon mal ne äh warte ich ruhig unbeliebt ey hast du auch recht ach quatsch weißt du wie ich das meine weißt du dass das voll ernst gemeint ist NEIN ich hab nen Kontrollpunkt verpasst macht er nichts so aus ich hab auch schon einige hinter mir das darf nicht wahr sein seht ihr meinen tollen Qualm hinter mir alter wieso hast du Blähung ja respect gut wie tief muss ich denn jetzt oh alter das ist so übel die 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 Mutter Maria wo ist denn der nächste checkpoint hallo ach da unten oh das sieht sowas von nice aus alter ja das ist schon geil ne oh 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 ah ah abgang oh du kannst auch slow gehen für den abgang ja geht schnell mach mal an da haben wir ja nochmal Glück gehabt uuuh puh boah hier kommt ein checkpoint alter da musst du sofort nach unten drehen naja das ist echt übel ich könnte dir jetzt einen tipp geben aber ich lasse es hier gebe ich dir erst wenn es vorbei ist und du verloren hast ich bin genau hinter dir alter ich hänge dir voll am Schuh wie dann qualm ich dich voll hier naja tust du auch oh alter was ist das denn für ein checkpoint André wir sind genau nebeneinander uuuh uuuh Alter oh nein nicht gegen das Haus klatschen ey der ist vorbei ja hier Kai hier kein Terroristenanschlag oder sowas ne ja ja oh mein Gott halt mal Schiff Kai das ist geil Schiff tust du das Ziel also ganz genau landen deswegen sag ich ja drück's mal ja ja ist klar dann kannst du besser um die Kurve drück doch mal F André wo ist denn der nächste checkpoint alter da auf dem Landeplatz wir müssen auf den Landeplatz aber was seid ihr denn schon komm schon ja wie er es verkackt hat als Maul ich hab mich auch Nein ich auch ich bin oben auf dem Dach nein alter ich hab mich voll auf dich konzentriert ich hab endlich auch mal was gewonnen nie beendet alter ok es geht ja um Punkte André ist dir schon klar nicht wer als erstes unten ist ich hab nur einen Checkpoint verpasst hast du es denn in den Ziel geschafft darfst du auf mich zu ran ja hab ich bei mir steht Gesichtsslatsch wie du so vorstellst Arbeit beendet ich hab nie beendet man boah ich bin dritter war zu schnell oh mein Gott warum war ich denn jetzt dritter also will ich mich auf andere konzentrierungen selber rechts gegen das hohe Haus klatsche Maxi fixi so muss sein so sieht's aus Aber ich habe 400 Dollar gekriegt, weil ich auf Gorbald gewettet habe. Ja, ich habe mal 1, 2 rausbekommen. Ich habe 3.000 auf mich gewettet. Gegensatz etwas. So, aktualisieren? Aber gerne doch. Boah, ich durfte mit auswählen. Ja. Mist. So. Oh, Überlebenskampf? An der Maze-Bahn? Nein, nicht schon wieder. Oder, ich liebe den Rennen fahren. Okay, fangen wir ein Rennen. Bestimmt keine Haltschäme. Ich habe nichts dagegen, in der Luft zu schwingen, aber nein. Bist du Spider-Man? Das ist so mega spektakulär mit einem Pfeilschenspringen. Sieht schon geil aus. Die Atmosphäre ist schon ganz cool, aber... Mach mal einmal in 2-3 Tagen vielleicht. Ja, der Zeiten sind schon der Hammer. Also, der vierte Platz gehört mir, dass wir uns gleich mal klar verstehen. So. Bitte schön. Ich sage dir, der vierte Platz gehört mir, dass wir uns gleich mal klar verstehen. Kein Problem. Greenway. Alles okay. Yo. Was? Was? Wir haben sie gleich schnell übertreibt, richtig. Achso. Alles. Nein, 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 nein. Wir können ja normal machen. GTA musst du damit 16 Autos machen. Mit hier vier da mit mehr Spielern. Okay, dann machen wir halt ein normales Rennen. Wir müssen alle Schiss haben, weißt du. Ach. Was war denn noch für Rennenarten? GTA. Mit Abballern und so. Ehhhh. Hallo. Das heißt, der erste da vorne ist, er liegt mir hin und das war's da, ne? Ja. Boah, wen gehört denn der Bahn hier? Heiliger. Hm. Nimm ich denn dafür einen? Du gibst den nur in der Farbe, ey. Ja, nehm ich. Du wirst mal 10.000 auf Kai wetten. Du bist aber mutig, ey. Ich hab nur 500 auf mich gewettet. Jetzt hab ich 10.000 auf dich wieder. Was? Jetzt gewinne ich mit Absicht, du Penner. Ja, ne? Mit Absicht. Ja, mit voller Absicht. Schönster Auto, nananana. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für'n Trachtenfall bin ich hier gelandet. Gut, das ist eigentlich nicht zu unserer Crew gehört. Doch, ich bin auch eine Crew. Ich bin in zwei Crews. Ey, hallo? Dann bist du auf einmal neben mir, Alter. Oh. Alter, mal an. Geh weg. Oh, Checkpoint. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht, super. Voll den Checkpoint verpasst, ey. Ja, hast du gut gemacht. Ganz toll, sag's ja. Was ist denn hier los, ey? Alter, rammt mich nicht weg hier. Wann bist du? Wir haben Partnerloch. Wir haben Partnerloch. Du darfst mich nicht umkommen. Was ist denn das für'ne Strecke, Alter? Ja, die Strecke ist witzig. Wassst du nicht drauf? Das ist dein Problem. Sag, was? Der fährt hier einen Scheiß zusammen. Oh mein Gott, ey. Wer ist jetzt überhaupt erster und wer ist zweiter? Gut, dass ich dich auf ihn gewettet habe. Alter, was ist das denn? Gut, dass ich verkehren gemacht hab. Alter. Sehr gutar. Das ist ja hart. Oh, nein. Alter, was ist das denn? Oh. Oh. Oh mein Gott. Ja. Macht's schmeckt, äh? Macht's schmeckt. Nein, nicht davor. Was ist denn da? Was macht der da? Die Schwitze. Oh, nein. Die Schwitze. Oh, Alter. Der knutscht mir den Arsch, als hier. Oh, Alter, der knutscht mir den Arsch. Hast du den Penner gesehen, Alter? Ah shit, ey! Hat er dich mitgenommen? Ja! Jawoll! Der hätte mich fast mitgenommen! Was ist denn das? Scheiße! Jetzt bleibt der erste der Junge, jetzt komm ich ja nicht mehr hinterher! Ach quatsch! Kommt irgendein Scheiß hier und dann... Ey, ich hab hier irgendein Kleber am Racken... Oh my god, ey! Was hast du denn da gemacht, ey? Da war ne Bodenwelle! Der fliegt jetzt mal ne halbe Mitte! Gut, bin ich da noch gut gelandet! Leck mich! Ich würd sagen, das Ränder tun wir mal heimlich mal nach uns nach Hause! Aber ist ja noch nicht die letzte Runde, ist noch alles offen! Warum steht denn der hier rum, Alter, das machst du denn da? Doch, du! Er macht weg! Nein, siehst du schon passiert, so ne Scheiße! Oh mein Gott, ey, was ist hier los? Was hast du denn da gemacht? Ich wusste, wenn ich ein pinkes Auto nehme, dann kann ich nur gewinnen! Alter, die Checkpoints, die muss man auch echt immer ganz genau berühren! Und zum Glück hab ich 10.000 auf mich selbst gewettelt! Alter, hier stehen immer mehr Autos rum! Wir machen auch immer mehr kaputt! Oh man, ey! Och, schab! Aber schön ausgeglichen, jeder ist irgendwo anders! Nicht gut! Das muss keiner hier! Ey, das ist auch zu sehen davon! Gut, ich muss zu Ilias Schutz sagen, dass ich hier auch übelst dran genommen hab, ey! Hm, du richtig! Bam, ey! Nein, 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 gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas! Ja, ich bin nur nicht mal ansatzweise in der Nähe! Chill mal! Alter, ich fahr überall vor, ey! Ich will das Juice Cover! So, oh Gott, das ist halt hier! Wer ist der wahre Pro Driver, hm? Nicht du! Nee, 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 nee! Oh mein Gott, ey! Ich guck mir jetzt gibt's Starbucks an, ich glaub da wird's am witzigsten! So übel gefailt, ey! Oh, die Karre ist auch nicht mehr, Heidegobart! Nicht wirklich, nein! Aber die Aktion, Alter! Gut, dass wir das aufnehmen, wie ich da über Eletro weggeflogen bin! Das ist voll... Ich zieh das mal voll vorbei, dann... Äh, Kai? Du fliehst! Einfach nur nice, also das können wir von mir das nochmal wiederholen, ey! Nein! Scheißstrecke! Was meinst du? Die JP-Punkte! Damit! Gute Frage! Wofür die Crew? Das ist, das... Nee, das ist jetzt... JP ist immer für das, was du halt machst, in dem Fall Rennen! Ah! Achso, okay! Ah! Ja! Alles, was du machst, wenn's im Rennen geht, oder... Speziell für den... So... Aktualisieren! Hubschrauber fliegen! Fliegen! Aktualisieren! Fliegen! Oh, toll! Hier, Top Fun 2! Oh! Top Fun! Sofort! Ey, wer klickt dabei voll drauf? Top Fun 2, hört sich gut an! Oh, bitte Top Fun! Komm schon, bitte Fahrrad, ey! Hast du... Hast du jetzt Fahrrad gemacht, Alter? Nee, nicht! Euer Ernst, Alter! Bitte Fahrrad, Alter! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ich kann ja nicht fliegen, Mann! Was ist das jetzt? Oh, jetzt müssen wir... Rundkurs fliegen! Sehe ich das hier richtig? Äh? Ja! Waffen fest und aufnehmbare! Äh... Nur feste! Gewinnen mit... What? Du kannst auch knicken! Ohne schießen würde! Dann schießst du einen Jet ab, dann halt bist du raus! Ja, es geht bei uns anders! Achso, okay! Alles klar! Okay! Dann knall ich euch alle ab! Nehmen wir mal zwei Runden! Äh... Mach drei Runden! Äh... Ich muss immer das Kack-Radio ausmachen, ey! Drei... Drei Runden willst du? Okay! Ja, würde ich sagen, dann hat man wenigstens noch eine Chance, wenn man in der ersten Runde verkackt oder so! Ja, wenn wir 1-1 spielen, ist unentschieden, dann hat er recht! Ja, mitgedacht! Okay! Los geht's! Ich habe Team Ausgewogenheit gemacht, ne? Mach einfach und sei ruhig! Mach go! Fick dich! Tu es einfach! Tu, tu, tu! Komm erst mal über Level 30, du Noob! Los, tu es! 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 Hast du schon gestartet? Na da bin ich! Jäger? Läufer! Ach! 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 jäger oh gott ihr habt kein thema die können nicht fliegen werden kommen das zeige ich euch jetzt aber man ist läuft oder was ist meine stelle verstehe ich gerade nicht ihr müsst jetzt drei runden 4 3 und kriegen und wir müssen euch abknallen oder an dem werde jetzt mit fliegen wir müssen uns jagen mit den chats und wir fahren weg jeder auto jeder ein auto jeder ein auto ist ja schon gut aber das machen wir ganz einfach da wischen sei nicht drunter stellen du hast doch wir müssen doch ja noch eine strecke wo wir hin müssen ja ich weiß war doch ein scherz ach mit dem kann man auch schlecht geordnet und die karte noch nicht vertreten aber aufgepasst hat hier channel checker du bruchpilot mit geh holst du deine räder rein und mit f den turbo mit tappen musste die raketen auswählen oder mg aber hat mich vereinbart ohne raketen ohne raketen ich habe Angst du träumst wohl alter ohne raketen alles war gut uah uah fuck was wie erfreulich was war das denn bei mir hat sich leider ein motorradradkasten verfallen bei mir stand ich hab mich erledigt ja deswegen konnte ich nicht mehr fahren oh mein gott ich hab Angst du solltest doch Angst haben ich sehe nur Explosionen das war die falsche seite als läufer sollte man auf Motorräder umsteigen das ist besser oh 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 was mache ich hier oh 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 ich gehe mir hoch oh was machst du da dann kann man das machen nein und die springen raus ich schlafen nein nein das kann auch nur andere wie geil ist das und leg mich auch noch auf die Fresse und auf der Autobahn Autoanhalten das ist so leicht ne haben wir bleib stehen verdammt ey hi Kai na ey wie der kann auch schütten achso hat er einen falschen oh ich bin hier jetzt richtig auf einer offenen Fläche wie uncool ist das denn Gott wie konnte man denn nochmal bei dem Jet die Turbinen umstellen das geht bei dem nicht klar der hat doch die Turbinen an den Seiten nur nicht nein das geht bei dem nicht du kannst nur abbremsen das ist der andere den du meinst wo bist du Kai oh mein Gott oh ich bin auch Gegenbaum aber Gewinner jawoll das ist echt krass hoffentlich werden die Runden jetzt getauscht ja hoffentlich was die Rockstar Spiele Server konnten diese Transition nicht verarbeiten alles klar ja okay alter wollen die uns jetzt unser Geld bescheißen fliegen wir jetzt komplett was ist jetzt los ich wollte nur Muni kaufen laden laden da war es da war es hat das Spiel verlassen wichtige Katalogdaten mit dem Server zu synchronisieren bitte versuch es später nochmal okay du hast das Spiel verlassen und Gova hat das Spiel verlassen jo Story-Modus wird geladen. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. War eine nette Runde mit euch. Aber die Technik hat wieder versagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut und peace. Ciao.